In diesem Jahr stieg mein Vater auf wie ein Komet. Er wurde Hauptlehrer an der Schule du Chemin de Chartreux, der größten Volksschule von Marseille. Papa! Wo gehst du hin? In die Schule. Ich habe also eine Villa in den Hügeln gemietet und dort werden wir die großen Ferien verbringen. Und wo ist sie, die Villa? Genau am Rande eines einsamen Hochplateaus, das sich von Aubagne bis nach Exin zieht. Wir verließen das Dorf und nun begann der Zauber. Ich fühlte das Erwachen einer Liebe, die mein Leben lang dauert sollte. Lili wusste alles, was für ein Wetter sein würde, wo versteckte Quellen waren. Eine Quelle darf man nicht verraten. Nicht mal mir? Die Bar Tavelle! Was ist das? Dei, 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 dei! Dei, 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 dei! Papa! Ja! Er hat sie getroffen! Alle beide! Er hat sie getroffen! Hier sprudelte das Glück wie aus einer Quelle. So einfach wie man guten Tag sagt. Nun begannen die schönsten Tage meines Lebens. Ja! Ja! Ich hab dich versED. Ja! Du bist glücklich!